Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir erleben seit einem guten Jahr die massivsten Eingriffe in unsere Grundrechte seit Bestehen dieser Republik. Der Grundsatz im Zweifel für die Freiheit gilt nicht mehr. Die Geschäftsgrundlage für staatliches Handeln ist nicht länger das Grundgesetz. Das Grundgesetz, der hier so oft bemühte äußere Rahmen aller Politik für alle, denke ich, Lebensbereiche – Familie, Gewerbefreiheit, Eigentum, Schule, Würde, allgemeine Handlungsfreiheit, also zum Beispiel auch einfach mal auf der Düsseldorfer Rhein-Probenade verweilen zu dürfen. Das war einmal. Die Leitlinien unseres Staates, mit Blick auf das Coronavirus jedenfalls, ergeben sich seit einiger Zeit aus fragwürdigen Zahlenspielen des Robert-Koch-Instituts, dem unfehlbaren Bauchgefühl der Kanzlerin und – so auch heute wieder – Abstimmungsergebnissen aus Konferenzen von Länderschefs. Das ist alles nicht nachvollziehbar, aber nicht verständlich und schon gar nicht begründet. Denn die Erkenntnisse der Politik beruhen im Wesentlichen auf den Ergebnissen von sogenannten PCR-Tests. Und so sehen wir allabendlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine absolute Zahl von neu infizierten Menschen, mal 10.000 und mehr. Gestern waren es 3.943 sogenannte Neuinfektionen. Nun, zunächst ist festzuhalten, dass es sich tatsächlich nicht um neu infizierte Menschen handelt, sondern lediglich um positive PCR-Tests. Ein solcher Test erlaubt weder eine Aussage über eine Erkrankung noch über eine Infektion mit aktiven, potenziell ansteckenden Viren. Es wird lediglich gemessen, dass irgendwelche Zeile von Coronaviren im Nasenrachen von Testpersonen vorhanden sind. Dennoch erzählen Sie hier etwas anderes. Das ist falsch. Und selbst naturwissenschaftlich nicht vorgebildeten Abgeordneten, zu denen ich mich ausdrücklich zähle, muss hierbei auffallen, dass die genannte absolute Zahl, also gestern 3.943, in keiner Weise aussagekräftig ist. 3.943 positive Tests von was denn? Sie müssten doch vielmehr zunächst sagen, wie viele Tests insgesamt gemacht wurden und dann diese positiven Tests ins Verhältnis setzen. Das nennt sich dann Dreisatz und ist eine tolle Sache. Das hilft wirklich. Es wird noch besser. Eine nach bisheriger Lesart öffentlicher Stellen besonders maßgebliche Zahl in diesem Zusammenhang ist weiterhin die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz, auch jeden Tag in Funk und Fernsehen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist die Anzahl der an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einer Region gemeldeten positiven PCR-Tests pro 100.000 Einwohner. Diese Zahl lag gestern im Bundesgebiet bei 67 und in Düsseldorf zum Beispiel bei 56. Aber was sagen uns diese Zahlen denn? Nun, nicht viel aber sind dazu geeignet, jeden beliebigen Inzidenzwert zu erreichen, wenn man nur die richtigen Zielgruppen in ausreichender Zahl und häufig genug untersucht. Sie wissen doch gar nicht, wie viel insgesamt getestet wurde und wer. Die Inzidenzwerte sagen nichts über die Gefahrenlage aus. Und so bleibt uns die Erkenntnis, wir wissen nicht viel und diejenigen, die unsere Grundrechte beschränken, auch nicht. Eine Politik, die auf Nichtwissen beruht, soll ausreichen, um die unfassendsten Freiheitseinschränkungen zu begründen, die wir jemals hatten. Ich darf Professor Moswick in der Welt vom 26. Februar 2021 zitieren. Zitat. Die Beweislast wird umgedreht. Nicht mehr der Staat muss beweisen, dass die Grundrechtseinschränkungen notwendig sind, sondern die Bürger müssen warten, dass ihnen von der Obrigkeit neue Freiheiten zugeteilt werden. Was sagt denn der FDP dazu? Fällt Ihnen auch so ein? Freiheit ist dann nicht mehr grundsätzlich unbegrenzt, sondern grundsätzlich eingeschränkt. Aber das Virus wird man dadurch auch nicht los. Es wird immer da sein. Also fragen wir uns doch einmal abschließend, um was es bei all den Geschäfts- und Schulschließungen und den ganzen Verboten ursprünglich ging. Erinnern Sie sich noch? Es ist nämlich etwas aus dem Blick geraten. Es ging darum, die Infektionskurve abzuflachen, um die Intensivstationen nicht zu überlasten. Es sollte also nicht ursächlich nur wegen fehlender Behandlungsmöglichkeiten zu schweren Krankheitsverläufen und Toten kommen. Eine solche Überlastung der Intensivstationen durch Covid-19-Patienten, sollte es sie jemals gegeben haben, ist jedenfalls derzeit nicht gegeben und auch zukünftig nicht zu erwarten. So handelte es sich bei über 5.000 der knapp 13.000 gemeldeten Corona-Todesfälle in NRW um Bewohner von stationären Einrichtungen. Inzwischen hat sich die Lage dort mit einem Rückgang auf 286 Infizierte deutlich entspannt. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass endlich diese Hauptrisikogruppen auch geimpft und geschützt werden. Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist also nicht zu erwarten. Gab es auch nie. Wenn überhaupt nur punktuell, das war nie ein Problem. Und schließlich, 2020 starben 42.000 Menschen mit oder an Covid-19. Wie viele ursächlich daran gestorben sind, wissen wir nicht. An Krebs starben im Jahr zuvor über 230.000 Menschen. An Herz-Kreislauf-Erkrankungen über 330.000 Menschen. Ich komme zum Schluss. Jeder Tote ist zu betrauern, dass sie mich nicht missverstehen. Und der Vergleich sagt auch nicht, dass Covid ungefährlich wäre. Aber das Risiko daran zu sterben ist wesentlich geringer als bei anderen Krankheiten. Und gerade junge und gesunde Menschen sind kaum gefährdet. Alte und vorbelastete hingegen schon. Und genau diese müssen geschützt werden. Also ist die Gefahr von Corona wirklich so groß, dass Abertausende von Existenzen und millionenfach die Freiheit eingeschränkt werden sollen? Vielen Dank, Herr Kollege Becker. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.